Hi, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Leider haben wir in letzter Zeit nicht so viele Videos gemacht, aber natürlich haben wir in der Zeit viel gearbeitet und viel gemacht. Und unter anderem waren wir bei einem bekannten Segelflugzeughersteller, wie ihr euch hier hinten vielleicht sehen könnt, und haben die Flügel gebohrt. Das und viele andere spannende Sachen seht ihr jetzt im Video. Bevor wir zu den Tragflächen und deren Anbindung an den Rumpf kommen, möchte ich euch nochmal einen kurzen Überblick geben, wo wir in den letzten Wochen und Monaten sonst noch dran gearbeitet haben und worauf ihr euch dann in den kommenden Videos freuen könnt. Wir haben die erste Hälfte des Rollings für die neue Haubenform gebaut. Den Prozess dazu hat Ferdinand im letzten Video schon beschrieben. Wir haben dabei jetzt dieses Mal auch viel mit 3D-Scans gearbeitet. Beim Bugfahrwerk haben wir eine neue Bauweise für das zentrale Bauteil, nämlich die obere Gabel, entwickelt. Mit einem ersten Testbauteil haben wir davon schon einen Bruchversuch gemacht. In den Winglets ist die Seitenrudersteuerung mittlerweile auskonstruiert und parallel haben wir die meisten Bauteile gefertigt und auch alle Normteile eingekauft. Außerdem haben wir den Bau und die Positionierung der Seitenruderscharniere in Angriff genommen, was eine Voraussetzung für das Einkleben des Abschlussstegs und der restlichen Bauteile ist. Außerdem freuen wir uns sehr, dass nach langer Ideensuche wir ein Konzept für die Höhenrudertrimmung gefunden haben, das perfekt an den in manchen Stellen nur sehr engen Bauraum passt. Den ersten Demonstrator davon werden wir diese Woche auf der Aero in Friedrichshafen schon ausstellen. Zu all dem werden wir in den nächsten Videos nochmal ausführlicher berichten. Jetzt soll es aber erstmal detailliert um den Flügel und die Anbindung an den Rumpf gehen. Bevor es dann als Bohren gehen konnte, mussten in die Flügel Nasenleisten und Endleisten-seitig sogenannte Querkraftbolzen zur Anbindung an den Rumpf eingebaut werden. Das kann man sich dann bildlich so vorstellen, dass der Rumpf dann an diesen Bolzen quasi an den Tragflächen aufgehängt wird. Entsprechend ist deren Positionierung sehr wichtig, sowohl für die Struktur als auch für die Aerodynamik und muss auch noch vor dem Bohren der Hauptbolzenbohrungen erfolgen. Der Einbau dieser Bolzen in die Wurzelrippe wird durch einen Klotz aus massiven Kohlefaser- und Laminat realisiert. Dieser wird dann zuerst aus mehreren Stücken einer großen Halbzeugplatte zusammengeklebt. Anschließend wird dann unter Wasserkühlung mit einem Fräser das entsprechende Loch für den Bolzen gebohrt und aufgerieben. Mittels einer Profilschablone mit Loch für den Bolzen können dann die Klötze iterativ durch Schleifen an die Innenkontur der Wurzelrippe angepasst werden. Dies garantiert dann eine korrekte Ausrichtung und gleichzeitig auch einen möglichst geringen Verklebespalt. Dieselben Schablonen wurden bereits zur Positionierung der korrespondierenden Buchsen im Rumpf verwendet und werden später dann ebenfalls zum Ausrichten der Flügel beim Bohren verwendet. Als dann schlussendlich alles zusammenpasste, konnten wir in einem Rutsch sowohl die Bolzen in die Kohleklötze und die Kohleklötze selbst in die Flügel mit Baumwollflockenharz verkleben. Danach haben wir dann den gesamten Aufbau zum Bohren entworfen und unserer Werkstatt erfolgreich getestet. Und dann konnten wir schon los nach Bruchseil. Ja, wir stehen jetzt hier an den aufgebauten Flügeln. Hier in der Mitte haben wir als Ersatz quasi für unseren Rumpf unser Gestell, mit dem wir die Flügel halten und insbesondere auch den Abstand der Flügel zueinander einstellen und den sogenannten Einstellwinkel. Das ist wie die Flügel dann in der Strömung stehen. Zusätzlich stellen wir noch ein, die sogenannte V-Stellung, das ist eben der Winkel der Flügel nach oben und unten. Und wir stellen natürlich auch die korrekte Spannweite ein, damit wir die nicht am Ende dann versehentlich überschreiten. Ja, und wir haben jetzt gerade eben abgeschlossen, wir haben noch Harz zwischen die Flügelstummel gefüllt, damit wir später beim Bohren mit den Bohrern nicht die Kohlefaser ausbrechen lassen. Genau, damit das dann einfach eine schönere Bohrung gibt. Ja, das ist jetzt soweit fertig. Im Prinzip ist der nächste Schritt dann das Bohren. Also wir sind alle sehr aufgeregt, weil wenn das schief geht, dann sind wirklich viele Jahre harte Arbeit im Eimer und das wollen wir alle nicht. Mittlerweile sind wir wieder zurück in unserer Werkstatt und ich kann berichten, dass das Bohren sehr gut geklappt hat. Wir sind alle mega erleichtert und freuen uns, diesen riesigen Meilenstein erreicht zu haben. Ich will nochmal kurz ausholen, was sind das überhaupt für Löcher, die wir jetzt in die Flügel gemacht haben. Wie viele von euch sicherlich wissen, sind Segelflugzeuge für den besseren Transport modular aufgebaut. Die Tragflächen können also vom Rumpf getrennt werden, müssen aber natürlich im Flug stabil verbunden sein. Dafür sind die Hauptbolzen da. So sehen die bei der AKX aus. Die Hauptbolzen verbinden eben die Flügel miteinander und dann gibt es noch die Querkraftbolzen, die den Rumpf an den Flügeln befestigen. Wir haben jetzt die Löcher für die Hauptbuchsen gebohrt, welche eben diese herausnehmbaren Hauptbolzen aufnehmen. Während der Aktion haben wir länger als erwartet für das Ausrichten gebraucht. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen war es uns sehr wichtig, die Maße exakt zu treffen, insbesondere die Spannweite. Zum anderen haben wir sehr wenig Platz für Fehler in den Flügelstummeln. Wenn wir da einen Millimeter daneben gebohrt hätten, hätten wir die strukturellen Inserts, die den Schub der Holmgurte auf die Hauptbuchsen übertragen, stark beschädigt. Wir haben mit zwei Bohrmaschinen gleichzeitig gebohrt und das Ausrichten dieser Bohrmaschinen zueinander und zu den Tragflächen stellte sich ja auch als sehr schwierig heraus. Vor allem, weil unser frisch gebaute Adapter dafür leider minimal zu klein war. Das hat dann aber schlussendlich geklappt und beim tatsächlichen Bohren war der Puls bei uns allen dann wirklich auf 180, weil das war der Moment, wo ganz viel auf dem Spiel stand. Zuerst haben wir mit 20,5 Millimeter Bohrern Pilotlöcher gebohrt. Während dem Bohren mussten wir die Bohrer immer wieder rausnehmen, weil sie zu heiß wurden und sie mit Druckluft kühlen. Nach circa zwei Stunden waren die Pilotlöcher gebohrt und wir konnten mit einem Draht untersuchen, wie groß der Abstand zu den wichtigen strukturellen Teilen war. Da aber das gesamte Volumen der Holmstummel mit Schaum und teils auch mit Verklebeharz gefüllt ist, war das alles nicht so einfach und an einer Stelle war der Abstand tatsächlich auch zu gering. Wir wussten in dem Moment aber nicht, ob es nur der Abstand zu unwichtigen Verklebeharz oder zu wichtigen strukturellen Teilen war. Nach langen Überlegungen blieb uns nichts anderes übrig, als es zu riskieren, um mit den finalen 38 Millimeter Bohrern zu bohren. Das hat auch nochmal circa anderthalb Stunden gebraucht und dann konnten wir endlich die Löcher inspizieren und waren sehr erleichtert zu sehen, dass wir wirklich sehr, sehr gut getroffen hatten. Das ganze Ausrichten hatte sich also gelohnt. Noch zwei Stunden schleifen, um die Löcher ein bisschen zu vergrößern und dann konnten wir endlich die Buchsen einkleben und haben direkt noch über Nacht getempert, also das Harz auf seine Endfestigkeit gebracht. Wir haben uns für eine besondere Form der Buchsenmontage entschieden. Und zwar haben wir durchgängige Buchsen, die die gesamte Länge der drei Stummel lang waren und die wir am Stück verklebt haben und dann nach dem Aushärten durchgesägt haben. Für uns war das aus verschiedenen Gründen einfacher, als die Buchsen schon vorher auf die richtige Länge zu bringen. Also blieb jetzt am letzten Tag von der gesamten Aktion nur noch übrig, die Buchsen zu zersägen, was erfreulicherweise auch recht gut geklappt hat, um dann alles auseinanderzubauen und wieder abzufahren. An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei DG Aviation und Volocopter Production für die tolle Unterstützung bedanken. Für uns war es eine große Erleichterung, das dort vorhandene Bohr-Setup verwenden zu können. Auf den nächsten Schritt freuen wir uns jetzt schon besonders, die sogenannte Hochzeit von Flügeln und Rumpf. Der Plan ist, das noch in der nächsten Woche zu schaffen und ob das geklappt hat, könnt ihr mit eigenen Augen sehen, denn wir stellen dieses Jahr wieder auf der Aero Friedrichshafen aus. Also kommt uns besuchen in Halle B4, wir freuen uns auf euch. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!